Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Jedi Knight. Wir wollten immer noch zum... ...und zuerst mal heilen. Äh, zur Jedi Akademie. Und... Joa. Oh, hier schießt noch einer. Ach, das war der, den wir übrig gelassen hatten. Der will anscheinend nicht überleben. Hätte er wegrennen können, aber dann... Vielleicht hätten ihn dann seine Vorgesetzten... ...bestraft oder so. Naja, da hat sich das jetzt auch für ihn erledigt. Oh, hier gibt's nix. Schade. Ach, ich will mal rennen, aber... ...der rennt ja schon. Ich will mir immer noch ein, dass hinten irgendwas ist. Dass ich hier weiter muss. Aber es sieht... ...nicht so aus. Und ein schwarzer Fleck. Und hier kam ich ja auch nicht lang. Joa, werd schon wieder zurück müssen. Und hier? Ne, auch nicht. Naja. Ja, ist ein bisschen verwirrend mit den... ...mit diesen schwarzen Stellen. Könnte ja sein... ...dass da einfach nur ne Textur fehlt oder so. Oder... Wenn ich in Skyrim durchs Wasser schwimmen, so... ...dies ist ekelhafter... ...öööööööö... ...grau und kaum durchsichtige... ...durchsichtiger, öhh... ...durchsichtiger, äh... ...durchsehbarer. Hier an da... ...nö. Oh, da ist noch einer Ach, verdammt Wo er jetzt eigentlich ertrinken müsste Oh Ich weiß Beziehungsweise bin ich mir auch relativ sicher Dass man irgendwo durchtauchen musste Aber Kein Plan wo Oh Ich kann gezogen werden Naja, hat sich's auch erledigt Können wir mal hier kurz gucken, ob's hier irgendwas Interessantes gibt, ne? Ne, nein, nein Na gut Das ist blöd, dass man hier keine Karte hat Ich mein, eigentlich braucht man die ja nicht, weil's relativ linear ist Da ist da auch schon wieder eine Hä? War ich ja nicht schon? Da sind ja noch so viele Leute Da sind ja noch so viele Leute Super Da ist ja aufpassen, dass ich mich nicht selbst erwische Oh Hier klemmt irgendeiner Irgendwo Hä? Wo ist das? Wo ist das? Wer lebt ja noch? Ah Ach guck Ne Oder ist das ein Durchgang? Oh 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 Und wieder so einer Oh, den hätt ich schöner bischen können jetzt Oh 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 Man sieht es ja in mir auch, auf der Heldseite kann man Blitz und sowas benutzen. Okay, das ging schnell. Aber es nützt ja nichts, wenn ich da jetzt irgendwie... Oh, der ist mit dem... ...Mit dem Wandlauf hier lang. Oh. Komm jetzt. Na, na, Mensch. Ich erinnere mich auf, echt viel. Ich dachte ja mal, weil dann zum Schluss der... ...der Kristall so rausfiel, dass das die Schwachstelle ist an dem Ganzen. Oh, ich hätte Spaß vergessen zu grücken. Jawoll. Oh, noch einer. Na toll. Der ist ja böse drauf, du. Ja, was hast du jetzt davon? Und ich suche die ganze Zeit, wo ich durchschwimmen könnte. Aber er ist hier da durchgegangen. Na ja, kann ich ja auch. Dann kommt er wieder hier rein. Ich schaffte es nicht. Was ist denn jetzt mit dir? Na ja. Kommt er nicht aus dem Wasser raus. Nein. Ich dachte, das wäre der da, aber ist das auch nicht besser jetzt. Oh. Ja, genau. Genauso habe ich mir das gedacht. Toll, Exide, Schild abgeladen. Können wir jetzt auch mal langsam sterben. Hier wird wir uns am langweilig. Hallo? Nein. Ja, jetzt habe ich mich verdrückt. Geht doch. Ähm, ich würde erst mal dahin gucken, obwohl ich glaube, dass es da nichts ist. Was haben wir hier schon wieder? Toll, na ja. Ich nix, es war nur ne App. Ein Spiel. Sozusagen. Ne, hier ist auch nichts. Jetzt kann ich, ob man endlich Atem hat. So als Jedi. Theoretisch, ja. Ich meine, so Jedi, äh. Macht Atmen unter Wasser. Müsste er doch, müsste er doch drauf haben. Hier scheint nix zu sein. Oder? Ne. Ist auch zu. Oh, ein Versteck. Aber das nützt mir nix, weil ich das schon voll habe. Ja, na gut. Machen wir mal ein Versteck gefunden. Auch schön. Ja, ich meine, dass er jetzt nicht rausspringt, wenn man hier springen drückt, ist schon irgendwie sinniger. Aber da es in den ganzen Spielen so ist, im Moment, ist ein bisschen doof, wenn man es nicht hat. Ah, ich hab's doch gewusst. Also, wie ich's gespürt hätte. Oh, was hab ich... Ich hör hier irgendwas. Ah, das ist einer von uns. Oh, die Waffe steckt im... Stein fest. Ein modernes Ex-Kalibur. Tja, und ihr seid euch dran schulden. Oh? Mann. Eigentlich müsste er ja von ganz zu Zeit so oft, wie ich den hier auf dem Kopf rum springe. So, jetzt aber. Komm. Ich krieg die so aber nicht aus dem Wasser aus. Na gut, mit Blitz geht's auch. Ich will mich erst mal um den her looten. Diesen her looten. Ich raus. Oh, es sind sogar zwei. Das ging ja wohl voll daneben. Obwohl, warte mal, hat der den erwischt? Ne, er schießt jetzt gar nicht. Das war natürlich clever. Was? Was? Wieso? Wieso? ich denn gar keine okay so es war ein r ich merke das nicht ich weiß nicht warum schießt von hinten noch einer Ne, das prallt alles von hinten ab Äh, mein Schwert, mein Schwert Na gut, der ist schon mal weg Das backt ein bisschen rum, wenn das da im Wasser ist Ja, ich würde ja eigentlich gerne noch mal hier lang gucken Ich meine, hier ist irgendwas Aber die andere Seite sieht auch so aus, als ob man da lang könnte oder müsste Oh, die Sumpftruppen Ah, jetzt müsste ich kurz niesen Nicht schön zur Zeit, muss ich sagen Habe ja gerade gedacht Äh, jedes Mal, wenn ich so einen Schnitt mittendrin gemacht habe Wegen irgendwas Habe ich immer wieder mit so angefangen Also könnte man theoretisch gucken Oder rausfinden Äh, das Wann immer ich einen Schnitt gemacht habe Weil ich dann mal mit so angefangen habe Hä, wo ist das denn? Aber es klang so, als ob er hinüber ist Oder zumindest sieht es so aus Ich meine, klungen hat es eigentlich so Als ob es Jetzt aber noch nicht hinüber ist Ah, der ist schon gut Und da ist ein Rebell Genau Endlich mal einer auf unserer Seite Wie kommen die überhaupt hier her? Ach, das ist vielleicht das Dieses Rogue-Spadron Was wir aufs Doom-Giver geschickt haben Oh Schön Ja, einmal durch Ach, hier ist ein Shuttle Das ist aber groß Beziehungsweise Ne, ich wollte eigentlich sagen klein Aber eigentlich So im Vergleich zu dem hier Passt's Denke ich Oh, es liegt ein schönes Ach, Munition Ne, Bacta-Dinger Sehr schön Ich werde die jetzt mal hier Ein bisschen benutzen Wobei Gegen solche Ähm Gegen die anderen Lichtschwertträger Können es fatal werden Ohne zufänge Ähm Ich bin jetzt im Kreis gelaufen Ja Sehr gut Äh Äh Äh